Wie macht man Kindern, die wissen wollen, klar? Nichts ist ganz böse und nichts ist ganz wahr. Wie sagt man, diese Welt sei wunderbar, wenn man weiß, dass es gar nicht sein kann? Wie sagt man nachts einem Kind, wenn es weint? Nichts ist so gut oder schlecht, wie man weint. Und dass die Sonne ein Leben lang scheint, wenn man weiß, es trifft meistens nicht zu. Was tätest du? Schau, was du sagst und wie Kinder verstehen. Frag dich, was darf man tun? Kinder sehen viel und klar. Kinder gehorchen nicht, Kinder verstehen. Jeder Blick fragt dich nur, was wird für mich wahr? Und wo ist mein Ziel? Sag ihm nicht, hör auf mich. Spiele sein Spiel. Kinder verstehen. Träume, die dich berühren. Träumen sie weiter. Frag nicht, wohin sie führen. Träumen kann viel geschehen. Luftschlösser, die du baust, bauen sie weiter. Und bleiben unbehaust. Denn keines bleibt stehen. Und Träume verwehen. Zeig nicht auf jeden Stein. Sie sehen allein. 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 Wie sagt man Kindern, ich hab keine Zeit? Rutsch nicht so nahe und lauf nicht so weit. Was kann man tun, wenn man manchmal den Streit, seine Nerven verlor? Was hat ein Kind, wenn du fort bist von mir? Immer nur das, was ich hörte von dir. Was deine Eltern dir schon dozierten sehr lange davor. Sagt dir alle Zeit. Kinder verstehen. Kinder verstehen. Kinder verstehen. Zeit für dich auszuruhen. Sie kennen ein Ziel und lassen dich hier. Geben acht, dass du nichts sagst. Bleib doch bei mir. Kinder verstehen. Kinder verstehen. Kinder verstehen. Kinder verstehen. So gut